Mit weihnachtlichen Grüßen, ihr Dr. Swing. Hups, da habt ihr mich jetzt aber erwischt. Ja, ich sitz hier gerade und schreibe Karten an meine Liebsten. Und vielleicht geht es euch ja genauso wie mir. Ihr backt Plätzchen oder packt kleine Geschenke. Und was so ein bisschen fehlt, ist die richtige Musik, um so richtig schön in Vorweihnachtsstimmung zu kommen. Und da habe ich eine kleine Empfehlung für euch. Ich habe hier zwei Weihnachtsalben. Das eine heißt A Swinging Christmas. Das andere heißt Easy Christmas. Und die sind beide wirklich wunderbar und hervorragend. Und ich muss wissen, die sind ja meine eigenen Platten. Und wenn ihr Lust habt, so richtig schön in Weihnachtsstimmung zu kommen, dann downloadet sie oder kauft sie vielleicht überall, wo man Weihnachtsmusik kaufen kann oder streamt sie. Und macht euch mit diesen wirklich schönen Klängen, genauso wie ich jetzt gleich eine richtig schöne Weihnachtszeit.